Schönen Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Varlberg heute mit diesem bisschen eine Schau und bleiben gleich in den Bergen. Wie muss man sich eigentlich das Albleben vorstellen? Ein Internet-Tagebuch, ein sogenannter Blog, soll Interessierten den Alp-Alltag näher bringen. Der Varlberger Käseproduzent Alma hat aus rund 600 Bewerbern zehn Schreiber ausgewählt, die zehn Wochen lang nacheinander von zehn verschiedenen Alpen berichten werden. Den Anfang macht Michael aus Wien, ein 33-jähriger Medienkünstler und TU-Absolvent mit viel technischer Erfahrung, was das Internet angeht. Die braucht man hier in Regionen wie auf der Alp befinden, wo der Datenhighway mangels Netz nur lückenhaft funktioniert. Michael stellt dreimal täglich seine Beobachtungen ins Netz. Er schreibt, fotografiert, den Zen bei der Arbeit, die Familie beim Ausflug. Den Sonnenaufgang, die Tiere. Sein stärkster Eindruck. Einerseits die Wanderung zum Röttler rauf, die war phänomenal. Da habe ich auch ein super Foto geschossen. Aber im Großen und Ganzen die Familie und die Natur. Die Zen-Familie Schneider lud Michael als Gast ein. Erst einen Teil seiner Geschichten über ihr Leben konnten sie nachlesen. Denn wie gesagt, auf der Alpe, da gibt es kein Netz. Michael fand zum Senden eine Stelle 400 Meter weiter oben und schaute dem Zen dann wieder über die Schulter. Ich habe mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also war ganz angenehm. Auch die Nachbarn gewähren dem Wiener Einblicke. Norbert Wirt erzählt, während der Woche habe er oft zusammen mit Michael auf dem Bänkli gesessen und geplaudert. Der Zen ist angetan von Michaels feinem Gespür. Er sieht alles, oder? Von der Natur sieht er alles. Und ich erzähle mir das, was der Michael macht. Das kommt ganz gut raus. Mit dem Internetblock soll die Herstellung von Alpkäse einem größeren Publikum näher gebracht werden. Denn vermarktet wird dieser Käse nicht vom Zen, sondern einem führenden Vorarlberger Käseproduzenten. Wir haben dem Blogger eigentlich sehr wenig Vorgaben gemacht, weil wir möchten das möglichst frei gestalten. Also die dürfen selber berichten, was einfach auf der Alp erleben. Und weil es uns vor allem sehr wichtig ist, dass wir da nichts beschönigen. Nach sieben Tagen verabschiedet sich Michael vom Alpleben mit einer Installation. Einem Alpaufzug. Für ihn ein Sinnbild für immer höher, immer schneller. Ziele, die die Menschen in der Stadt verfolgen. Ganz anders als hier auf der Alpe.